Was hast du aus dem Tag für dich mitgenommen? Dass ich mehr noch meine machtvolle weibliche Art leben kann und damit auch andere Frauen anstecken kann. Ach wie schön. Warum empfiehlst du diesen Tag weiter? Warum? Weil Caroline einfach wunderbar ist. Sie hat zwar einerseits so ein bisschen diese Art, wo man denkt, was machst du da? Aber sie hat das auf der anderen Seite, diese Liebe und dieses Wundervolle und das ist einfach einzigartig. Und das macht einfach Spaß, einfach diese Frauen heute hier zu verbinden und sich wohlzufühlen und sich wie eine Prinzessin zu fühlen. Das ist einfach schön. Und das schafft Caroline. Caroline, ich sage immer Caroline. An wen empfiehlst du den Tag besonders? Wer sollte dabei sein? Wer sollte kommen? Jede Frau, die einfach mal wieder in ihre weibliche Kraft kommen möchte. Und ich habe heute auch gedacht, auch so die ältere Generation, die sollte das sich auch mal gönnen, weil ich glaube gerade diese Generation hat sich da nicht so sehr darum gekümmert. Und die sollten das ruhig auch mal ausprobieren. Schön.